Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Ein Loop Zwischendurch und es geht wie immer los mit unserem Freund T-T-T-T, ja, T-T, so heißt der halt, komischer Name, aber T-T, kann ja auch nichts für. So, und jetzt wird getrickst, aber wie? So, jetzt kommt's. So, Trick 17. So, das gleiche Spielchen nochmal. Eins, zwei, und eins, zwei, drei. So, noch was. So, die gleiche Scheiße nochmal. Eins, zwei und eins, zwei, drei. Mesdames et Messieurs, ich begrüße vollem Stolz und Sie sollten das auch, Marie Meinberg. Bist du bereit? One, two, three. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Something wasn't right here. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Now you're out of sight. Show me how you wanted to be. Tell me, baby, cause I need to know, no. Because my loneliness is killing me. And I almost confess, I still believe. When I'm not with you. When I'm not with you, I lose my mind. Give me your time. Pick me, baby, one more time. Oh, pretty baby, the reason I breathe is too. Oh, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I want to do. It's not the way I planned. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know, no. Because my loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe. Still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me your time. Pick me, baby, one more time. Un solo de Monsieur Michel Fischer-Martin. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know, I still believe that you would be here. And give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? That something wasn't right here. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know, I still believe that you would be here. And give me a sign. Oh, please, baby, hit me one more time. Hit me, baby, hit me, baby. My loneliness is killing me. I must confess I still believe If I'm not with you I lose my mind Give me a sign Pick me baby One more time Ja man, alter Nice, Marie Meinberg Herzlichen Glückwunsch Dankeschön für diese Einladung Ja bitte, bitte Ah oui, das heißt Die ist sehr geehrt Auf Deutsch Aber weil sie immer Ausländisch spricht So, der Freitagsloop Machen wir ein bisschen Mosaike hier So, hier könnt ihr Warte mal, ich spreche mal das Mikrofon, weil den kann ich besser mischen So, da Ich kann kaum drüber gucken Also da ist mein letztes Video Ne, da ist Abonnieren, da ist Video, da ist auch Video Lacht doch nicht so doof Du weißt das auch oft nicht Und da ist Martin So, Maries Kanal könnt ihr auch abonnieren Da gibt es sehr, sehr leckere, coole Videos Ja, lecker Ja, also auf jeden Fall Lohnt sich definitiv Es gibt demnächst so ein Australien-Special, habe ich gehört Ja, danke fürs Mischen übrigens Ja, geil, ich habe da den Ton so ein bisschen modifiziert Bojan, nicht ärgerlich sein, wenn du das hörst So Nächstes Mal mische ich wieder mit dir Ja, genau Bo, 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 ja Und tschüss Tschüss Ja, danke